Fake News. Den Begriff kennen wir inzwischen alle. Wem kann man noch vertrauen? Wem vertraut ihr? Vertraut ihr uns? Falls ja, dann vielen Dank. Aber seien wir ehrlich. Es ist heutzutage wahnsinnig schwierig, unter all den Informationen zu entscheiden, welche der Wahrheit entsprechen und welche eben nicht. Auch weil es zunehmend mehr gesteuerte Falschnachrichten gibt, die wissenschaftliche Fakten einfach falsch darstellen. Also gezielte Desinformation. Aber egal ob absichtlich oder unabsichtlich, es gibt einige Tricks, die immer wieder angewandt werden. Und genau die schauen wir uns heute mal an, damit ihr sie besser erkennt und besser darauf reagieren könnt. Gleich vorneweg. Das Modell, das wir euch gleich vorstellen, zeigt fünf Techniken, die Forschende immer wieder finden, wenn es um das Verbreiten von falschen Informationen geht. Wiedererkennbare Muster sozusagen. Man kann das auf jede denkbare Kommunikation anwenden. Die im Krieg funktioniert zum Beispiel auch so. Wir zeigen euch das anhand der Kommunikation über den Klimawandel. Das hier ist übrigens das Modell. Die Internetseite klimafakten.de hat das in diesem Poster aufbereitet. Es heißt PLURF. Ist die Abkürzung für Pseudoexperten, Logikfehler, unerfüllbare Erwartungen, Rosinenpickerei und Verschwörungsmythen. Es geht zurück auf den Wissenschaftler Marc Hufnagel, der ein ähnliches Modell 2007 veröffentlicht hatte. Später wurde es dann vom Kognitionswissenschaftler John Cook übernommen und weiter ausgestaltet. Wir haben dazu auch mit Thoralf Staud von klimafakten.de gesprochen. Er findet, dass die Verbreitung von Falschnachrichten zum Thema Klima häufiger vorkommt als in anderen Bereichen. Weil es ein besonders umstrittenes politisches Kampffeld ist. Da geht es um richtig viel Geld. Da geht es um wirklich die gesamte Struktur der Wirtschaft. Fossile Energien haben ja die westliche Wirtschaft groß gemacht über 150 Jahre. Das heißt, es gibt viele Leute, die wollen, dass es so bleibt. Deswegen gibt es auch viele Leute, die Desinformation verbreiten wollen. Also gut, schauen wir uns die fünf Strategien mal genauer an. Eine Strategie sind sogenannte Pseudoexperten. Zum Beispiel tritt ein Physiker auf einer Veranstaltung auf, der sich gar nicht mit Klimaforschung beschäftigt in seiner Arbeit, aber dann seine Meinung kundtut. Keine Fakten, sondern seine Meinung. Weil es ein Physiker ist, wird er aber dennoch für ein anderes Thema als Experte präsentiert, dem geglaubt werden soll. In der Corona-Krise wurden auch alle möglichen Ärzte zitiert, die von Viren aber kaum mehr wissen als ihr oder ich. Oder stellt euch einen bereits pensionierten Professor vor, der möglicherweise den aktuellen Forschungsstand gar nicht kennt. Oft gibt es auch das Problem der aufgeblähten Minderheit. In der Wissenschaft gibt es ja fast nie einen 100-prozentigen Konsens. Es gibt also immer auch eine Minderheitenmeinung. Das ist völlig normal. Wenn wir das jetzt wieder auf die Klimakommunikation beziehen, da gibt es ja auch wenige Wissenschaftler, die sagen, der Klimawandel sei nicht menschengemacht. Aber das ist eben eine verschwindend kleine Menge. Wenn diese größer gemacht wird, als sie ist, handelt es sich um eine falsche Einordnung. Und schlimmer noch sind eben Behauptungen und Thesen dieser Wissenschaftler, die nicht stimmen. Die zweite Strategie im PLUV-Modell sind Logikfehler. Immer wieder wird zum Beispiel behauptet, CO2 sei ja nur ein Spurengas. Kommt ja in der Atmosphäre nur in klitzekleinsten Mengen vor. Das ist ein beliebtes Argument von Klimawandelleugnern. Das ist sachlich auch erstmal korrekt. Und doch suggeriert es, dass eine Vermehrung von CO2 in der Atmosphäre unbedeutend sei. Und das ist ein Logikfehler. Ein falscher Schluss. Denn viel mehr CO2 in der Atmosphäre hat eben einen gravierenden Effekt auf die Erde, auch wenn die Menge an sich immer noch gering ist. Kleinste Mengen können große Auswirkungen haben, was beim Erwärmungspotenzial von CO2 der Fall ist. Denkt auch mal an Alkohol im Blut. Eine Veränderung im Promillebereich hat einen großen Effekt auf unsere Wahrnehmung. Oder ihr stellt euch einen Tropfen blauer Tinte vor, den man in einen Eimer Wasser kippt. Sieht man sofort. Weitere Strategien, die in diesen Bereich fallen, sind übermäßige Vereinfachungen, voreilige Schlussfolgerungen und falsche Kausalitäten. Das meint sowas wie, puh, heute war es aber ganz schön kalt, also wird das bestimmt nicht stimmen mit dem Klimawandel. Auch verfälschte Darstellungen oder persönliche Attacken fallen in dieses Muster. Man greift also nicht den Fakt des Gegenüber auf und diskutiert inhaltlich, sondern wird persönlich. Kennt ihr wahrscheinlich auch aus politischen Diskussionsrunden oder aus dem privaten Bereich. Die dritte Strategie wird als unerfüllbare Erwartungen zusammengefasst. Das meint, dass Wissenschaftler sich doch bitte 100-prozentig sicher sein sollen mit einer Analyse. Geht aber nicht in der Wissenschaft. Es wird immer einen bestimmten Grad der Unwissenheit geben. Und das muss man seriösen WissenschaftlerInnen auch zugestehen. Manchmal werden dann auch verschärfte Forderungen aufgestellt. Also die KritikerInnen werden zunächst befriedigt mit neueren Ergebnissen aus der Forschung. Aber das reicht dann genau nicht mehr. So werden beispielsweise Computermodelle zur Berechnung des Klimawandels kritisiert. Wurden sie schon immer. Sie werden aber seit Jahren immer besser und genauer. Die Kritik bleibt aber trotzdem die gleiche. Kennt ihr sich ja auch aus Diskussionen. Es werden einfach nur die Informationen ausgewählt, die die eigene Position stärken. Es gibt ja zum Beispiel im Karakorum-Gebirge Gletscher, die wachsen tatsächlich noch. Wenn ich nur über die spreche, scheint der Klimawandel kein Problem. Aber die Masse der Gletscher auf der Erde schrumpft. Ganz gewaltig sogar. Was da genau vor Ort passiert, haben wir euch in einem anderen Video schon mal erklärt. Das findet ihr hier oben auf dem i. Wenn ich nun jedenfalls einfach die Informationen rausgreife, dass manche Gletscher wachsen, dann unterschlage ich vorsätzlich die deutliche Mehrheit der Gletscher, die eben schrumpft. Noch nachdrücklicher wirkt so eine Argumentation oft als persönliche Anekdote. Ich war kürzlich in Pakistan. Da habe ich mit einem Einheimischen gesprochen und der sagte mir, der Gletscher hier wächst. Das hat er schon sein ganzes Leben beobachtet. Das klingt erstmal stark, oder? Klingt gewichtig. Aber nichts weiter als Rosinenpickerei. Im Rahmen der persönlichen Anekdote. Das funktioniert meistens sehr gut. Machen manche PolitikerInnen auch gerne. Verschwörungsmythen haben in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Es werden geheime Machenschaften oder sogar Geheimbünde unterstellt. Alle Forschenden würden unter einer Decke stecken und Beweise zum Klimawandel fälschen. Nur ein paar ganz hartgesottene entziehen sich noch dieser Verschwörung. Und das sind die Kämpfer für die Wahrheit. Ist natürlich eine schwer zu widerlegende Argumentation. Eine irgendwie geartete, abstruse Behauptung, wir werden insgeheim alle von Reptiloiden gesteuert, ist im Grunde nicht zu widerlegen mit Fakten. Also konkret zu zeigen, dass es nicht so ist, ist schwer. Da hilft nur ein Blick auf Fakten, Quellen, ExpertInnen. Beliebt in dem Zusammenhang ist auch, Zufälligkeiten werden einfach uminterpretiert. Ein NASA-Satellit ist explodiert und dann heißt es, oh, da werden noch bestimmt unbequeme Daten vertuscht. Falschnachrichten und Desinformationen beruhen oft auf wiederkehrenden Kommunikationsstrategien. Das passiert gerade beim Klima und der Kommunikation über den menschengemachten Klimawandel sehr häufig. Seit vielen Jahren und immer wieder. Die Strategien sind manchmal gar nicht so einfach zu durchschauen. Aber wenn ihr sie kennt und euch mit ihnen auseinandersetzt, seid ihr ein wenig gerüstet und könnt besser darauf reagieren. Kantet ihr einige der Strategien bereits? Und welche sind euch in Gesprächen über den Klimawandel schon begegnet? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt und noch ein bisschen weiter schaut. Zum Beispiel bei diesen beiden Videos zum Thema Kommunikation und Psychologie. Schaut da gerne mal rein. Und dann geht es hier wie immer nächste Woche weiter. Bis dahin. Macht's gut.